und damit hallo und herzlich willkommen freunde ja wir sind gehypt battlefield 2042 ist da wir sind da wir spielen jetzt die open beta für vorbesteller auf der playstation 5 und ja will gar nicht lange quatschen wir haben jetzt endlich geschafft zusammen in ein team zu join und nadine du bist berechtigt zu starten sehr gut okay wir probieren es aus nicht wundern nadine ist erikson erikson der ehrenmann hat uns hat uns sein account gesponsert und um jetzt zusammen hier zu spielen na willst du mitfahren naja ich habe angst weil erikson oben drüber steht naja aber guck mal ich will schon gerade rauskommen aber jetzt geht es ja schon mal oh krass jetzt erhebt der bauer ab ey oh geht es gut uuuh ha oh gott nicht schlägt raus macht mehr spaß oh gehst du los? ne ach ich dacht schon nur die so die äh fässer sind ein bisschen wir sind oh gott hast du gerade jetzt immer die geschehen zu über ja 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 hab ich gesehen aber ich lebe noch und das auto geht auch noch das ist gar nicht so einfach so jetzt muss man ganz kurz mal gucken konzentrieren wo müssen wir jetzt hin äh die waffe hat noch nicht viel gespielt und äh wir können ja hier verschiedene aufsätze aber ähm noch nicht möglich weil ich noch keine aufsätze freigeschaltet habe dazu wechseln aber wir können ja mitten im spiel sozusagen ähm sachen an der waffe umbauen sehr sehr geiles feature finde ich wenn man zum beispiel jetzt sag ich mal doch ein bisschen leiser mit scheidämpfer oder naja gut hier hab ich jetzt keinen aber äh visier ohne visier da sieht man ja oben noch dieses dieses scope hat so ein bisschen wahrscheinlich rotpunkt ja klar rotpunkt und da oben hat man nochmal einen kleinen zoom mit drin so dann laufen wir hier mal oh da hinten sehe ich schon einen helikopter ich laufe hier über das feld nicht so gut und jetzt versuchen wir mal hier dass wir hier die waffe ein bisschen hoch spielen können so wenn wir liegen bis schon da hätte ich mal doch mit dem mitfahren sein ja hätte hätte fahrradkette aber wir gucken uns ja hier die grafik an oh shit da kommt ein panzer da kommt ein panzer das ist ja mein problem nein der fährt vorwärts nein ich wollte vorbeilaufen oh gott ich habe gerade sie wieder nicht überreutert ich wollte nur vorbeilaufen lebst du da? ne nicht mehr du hättest die granate schmeißen sollen hast du keine? ne also ja doch wahrscheinlich schon aber steuerkreuz nach oben werdet in dem fall so da kriegt er echt schaden von it all the thing wenn wir den jetzt wiederbeleben hier wenn wir den jetzt wiederbeleben hier oh ja ok der hat sich weggedrückt schade schade merkbar du doch das muss gehen ne also es ist nicht nur mein eigenes Wort sondern oh 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 ok es schade uns doch mal eben von deinen Flugautos mein ich Moment muss ich mal gucken wie ich das mache ich muss den A1A1 gleichzeitig drücken ah ja und dann diesen LATV wie auch immer alles klar wir haben jetzt hier gleich vom Patronbank ja wo fährst mhm dann kommt jemand über uns jetzt nein steck 1 ok wir können jawohl ich bin ich bin sehr geil Auslandsicht oh Gott oh da ist jeder mit dem linken Knobel ähm nein ah schade verpasst aber die beiden ne oh doch doch oh leider rüber gesprungen egal komm wir fahren jetzt zum Punkt schade juhuu aber über mir merke aber es lustig jawoll 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 ich hab mal den Zickrissweig vorher ein Jahr rum betappen oh da ist jeder ja ich bin der flitz wie ein Wiesel wir haben ihn wir haben ihn wir fahren auch den da um ja wir fahren auch den da um ah jetzt wisst ihr wie ich anfing er sehr gut wir haben ihn wir haben ihn verpasst wir müssen raussteigen hier oh Gott 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 bin tot Martin oben ist jeder mit nem Shotgun der hat nicht mehr viel war ein Tod der hat nicht mehr überleb mich wieder abgefuck es ja 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 im fliegen wo das Ding fliegt so was soll das warum soll man da rumfahren Auto war fast kaputt hat die Brand ich meine du konntest ja gern drin sitzen bleiben und ne Kurhähnchen spielen ja schwer zu sehen so ähm so ähm da hinten ist D1 was haben wir da äh ich sag mal könnt ihr nicht A, B, C wieder machen das ist doch doof äh oh Gott warum kann ich das nicht anfingen jetzt mehr ja oh Gott da ist ein Panzer mhm bitte seh mich nicht bitte seh mich nicht ich bin unsichtbar ich bin unsichtbar oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott er übersteigt mich bestimmt meint doch mal die Granaten ja ich bin so weit weg vom Panzer aber eher ich kann ihn wiederbeleben er kommt ja zu dir wo liegt er? hier oh Gott oh Gott ich hab daneben geballert das war ordentlich oh Gott ui oh rein hier wieder ich wurde weggesnipern ok hab ihn kannst du ihn wiederbeleben? hier oben ist der schräge hä? hä? wo bist du denn da hinten? du warst da eben nur hier oder nicht? wieso kann ich dich nicht wiederbeleben? ah jetzt so äh ich seh dich da hinten ja ich komm zu dir 50m na das muss wohl nicht mehr schaffen ach dann überlebe ich spawne bei dir ja spawne bei mir nicht dann schaffst du mich oh hier gehts runter roter Teppich aha eins da für mich hier roter Teppich oh tatsächlich wo bist du denn? ja da geht runter wo du hier wo du hier links hast das sieht aus wie äh ok ja nicht wie roter Teppich kommst du gleich auf die Bühne links war Ena vom Haus nein rechts hast du gekriegt? ja komm der hat nicht mehr viel oh Gott oh hier rechts ist zwei Ena mach mal hin nein komm Schuss jetzt läuft der gerade richtig nein ok meine Munition ist alle oh nein ich bin tot Helikopter ach man kannst du mich wiederbeleben? nein probier es lieg hier draußen in Sicherheit die Probleme das ist Viereck gehts jetzt? ja ja aber das ist nicht immer da so jetzt verstehe oh ja komm mal ich brauch aber ne andere Waffe ich hab keine Waffe mehr oh ja in den Seite ich bin reloading hab ich ihn hier für ne Waffe hab ich ihn hier für ne Waffe bist du raus? oh ja ich hab ihn oh ja wo hast ihn? ah da ist er bei den mit seiner Hand hier ist er drüber ich hab den Meisterzeit rauf geschossen das ist meiner ja ich hab ihn nur Zwischuss rauf ich hab geballert ja ich hab den wieder her ja sehr geil cool so äh wir nehmen jetzt D21 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 so man was hast du denn ausgerüstet ach ich kann ja selber Munition hinschmeißen schon gut ach dann hätt ich mir ne andere Waffe behalten können shit liegt ja noch nah cool ich hab ja auch selber Munition hm lol woher kommt keine Munition? wie ihr seht Experten doch du musst da nur drin stehen das ist irgendwie wie in so einem Kreis man kann das nie anders nehmen ja das hört sich an als wir denken an eine Kasse gehe ne das ist einer von uns ok ok wir haben den Punkt eingenommen äh ist die Frage wo wir jetzt hingehen äh wir hätten jetzt äh D1 hier rechts wird eingenommen von den anderen die ich würde sagen gehen wir wieder nen Tunnel lang und hier ist jeder gelandet hier vorne glaube ich ah jetzt heißt es ja da war am landen Achtung Auto komm Auto ja aus dem Auto raus geil da guck ein Panzer okay okay rennen tschüss wow her kommen wird ja komm rinnen wir kommen kommt noch nicht hier hin wir rennst in der falsche Richtung hier Da wo wir rauskommen sind Nein, da hat er doch nicht rinnt Ja, da war zu spät, da der Panzer durch ein Schuss raus In den, in den, äh, Dings der jetzt gehen müssen, in den Gang Den Zebeute beim Panzer für Battlefield ist keine gute Idee Ja, ich uh grad nicht mehr Nicht Call of Duty Die Zebeute sind kurz weg Ah, Mist Oh, da schießt ich noch mal so Oh, ich hab ne Hand gekriegt Den hab ich Leg noch mal Munition hin Ok, oben rüber Um den D holen wir uns hier Was ist denn das hier einfach? Oh, ich freu mich jetzt schon tierisch auf den 19. November Ja Da kann man ja dann noch zwei Spielmodis mehr spielen Dieses Portal Genau, genau Und das andere zeigt den Namen verkehrt So, also, ähm Da können wir welche wiederbeleben Die müssen also Feinde sein Ok, den Habeck Äh, wie selber? Hä, wie selber? Hä, wie selber? Da oben ist er noch Wo hab ich? Ich versuch mal Wo bist du denn jetzt? Da hinten? Okay Ich versuch mal den zu viel zu überleben Ah, hier gar nicht mehr Jetzt hab ich ihn verloren Jetzt hab ich ihn verloren Ich muss gewonnen Ich versuch mal Mh Mh Der Kinn Mh Boah, ok Oh, nein, schnell nach Kappen Ja, ja Da hinten kann ich ihn wiederbeleben Kappen Ok, den haben wir Sehr geil Hier hinterm, hinterm Haus Oh Gott, oh Gott Ok, den haben wir Oh, hier oben Stimmt, das ist die Seite vom Haus Eigentlich halt auch die Seite vom Haus Oh, oh, hast du mal gegen Panzer Ja Nee, frag nicht Mh Shit, keine Munition mehr Ok, den haben wir auch Heilen tut man hier automatisch wieder nach einer Zeit Ja Yes Ok, den Punkt haben wir gut Wieder, oder? Ja, ja Oh, 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 nee Der Panzer hier Oh Gott, immer Nein, ich hab grad Ich besuch's hier immer Oh, geil Nice Ok, der Panzer, der fährt nur noch hier rum Oh, schießt ihn auch nicht Oh, 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 oh Nee, 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 nee Nicht sterben Und hier rein, los, rein, 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 rein Oh, Glück gehabt Hui Er hat ja kurz gezittert, ey Ok, Munition nochmal hinwerfen Nice Ich hoffe nicht, dass der jetzt nachkommt Oh, oh hier steckt ein panzer drin man sieht jetzt gerade ich habe meine munitionskiste geworfen und rechts war jetzt gerade ein x ich kann also nicht unbegrenzt hintereinander werfen sondern hat einen bestimmten cooldown bis man dann wieder werfen kann ich bin jetzt bei d2 kommst du auch hier her? ja ich habe hier gerade zu tun da sind ja jetzt drin, da sind ja wieder da haben wir trockenen Hütten hier oben ich glaube ich habe meinen 8en Hütten da oben oh ja ich habe gerade wenig gericht hier ok d2 haben wir wieder du bist da hinten fast down, komm zu dir ja, Panzer, oh jetzt ist es vorbei, schade versuch bei mir zu spawnen munition könnt ihr, oh, oh gott warte mal wow wow wow, der hat ne Brandkammer hatte ja, der hat ne Brandkammer hatte eben auch was kriegt denn das? kommt der jetzt noch in der? ja wird die Einschusslöcher da hinten gemacht? ja, klar ok, ich bin hier wieder oh, da steht der Panzer noch alles klar oh, der Panzer schießt hier rein komm rund wir gehen auf der anderen Seite ja, bei D2 wird wieder eingenommen ne, jetzt einfach die Granaten, da kriegst du wirklich Glutschaden von oh ok ich kann jetzt hin oh 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 die ist noch hier mittendrin, oder? oder muss ich da direkt auf diese Rolle nein wo ist denn wo ist denn? gehst du jetzt zu dem anderen Punkt drüber? warte mal ok uiuiuiui uiuiuiui uiuiuiuiui uiuiuiuiui und noch einer wo bist du jetzt hin? ja, Granatenkill und noch einer geil wo bist du jetzt hin? ich bin hier ich bin hier am am Ausgang, wo wir den roten Teppich da, wo wir durchgegangen sind am Tag kommt schon wieder ein Panzer wo 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 jetzt wird's knapp jetzt wird's knapp jetzt wird's knapp hier ah da bleibt mir grad ein Wutkloch hier drin ok die Hütte zieht jetzt ok, die sind hinten vorne oh Gott ey, die laufen hier alle hier also was soll ich machen, die laufen hier alle nur vor ok, jetzt kommen Kinder mehr aber vielleicht liegen sie rechts oder links in der Ecke jetzt hier oh nein Hubschrauber, Hubschrauber, Hubschrauber trauen wir uns raus, trauen wir uns raus schnell nachladen, Munition ja und raus ja D1 ich bin jetzt bei D2 aber jetzt sind hier schon wieder welche das ist komisch ok ich bin bei D1 eh D2 ich würde sagen, was versuch uns schnell zu erobern jetzt geht die Tür alleine auf hier hä, was ist denn das, das bimt hier du bist 200 Meter von mir weg, ok ja ich halte hier D1 an Schach die wollen wir das jedes mal wieder mobsen gerade den anderen gehört Autos sehen wirklich aus wie von dieser Elektromarker ja ja oh no oh krass wir sind gerade 4 Stück mit EMA angekommen 2 EIT dann kommen wir schnell zu ähm so D2 zu mir aber bei mir ist Spawn nicht bei D2 und dann gehen wir mal rüber zur D1 ok das ist bei mir Spawn ja wir leben sie jetzt bestimmt wieder, das ist am ärgerlichsten finde ich ich hol mir jetzt aber gleich so einen Wauwau wenn der geht oh mein so jetzt sitzt er, achso hab ihn ok mein Hund ist hier, komm mein Hund ist da sehr geil hab noch ihn schön ich sehe jetzt gerade keinen hier ich bin bei Hund wie nachläuft, geil komm mal her süß ne nur dass er ein bisschen klappert Schrauben müssen wir nachsehen ok den Sektor hier den haben wir wieder jetzt mit D2 ich muss mich wieder zurückgehen wo sind wir denn hier gerade rausgekommen hier hinten, ne beim Tonio oh Gott da kommt ein Auto hier Kappen ah wie schön da rausgeflogen ist na komm lass uns durchgehen hier ja ja ey kommt der Wauer hier oben durch den Tonio nicht? oh ne, keine Ahnung ah doch geklappt also ich kann die Entschuldigung ich kann die M5 A3 echt empfehlen echt geile Waffe mal gucken ob hier welche sind mal gucken ob hier welche sind oh ich hab gerade oh Panzer hier Achtung ja 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 ich hab dem M5 hinten in seiner Seite oh ne sie sind ja von mir aah ich renne wieder rin hier oh Gott oh Gott ich hab den M5 ich hab den M5 muss ich sein Minimum? was ja? ja weiss ich ja doch aber doch sieht man dahinten ok was ist das? was ne oh der Panzer ist endlich oh Gott ja D1 haben sie wieder nein das ist den Panzer kann ich eh nicht so viel ausrichten das ist ein Gaudi oh absolut das Spiel ist wirklich ah pingen kannst du mit 2x L1 kann ich schnell hintereinander drücken naja oder anvisieren und ok sind wir da drin? ja sehr gut oh schnell rennen geht wieder wow oh jetzt scheiße da schießt er irgendwo in draußen in ja ja klar aber ja der ist dahinter also liegt der wieder hier ok haben wir den juten Mann ich schmeiß mal Mumpen ja ok sehr gut also nächstes mal müssen wir vielleicht aufteilen in der Mumpen in der Medizinkiste hier oder sowas obwohl wiederbeleben kann man ja sowieso naja man hält ja automatisch Panzer! 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 beim Tunnel! beim Tunnel oh ne ich bin down ah Mist aber bei uns im Tunnel da wo wir sonst immer stehen im Tunnel ja ab bist du das hier? oh ja oh jetzt jetzt sehe ich wieder was ok ok ich hab den einer noch ok oh oh Ivan war mal na keine Wand mehr achso die Wand war mal aber wahrscheinlich Ivan irgendwas oh nein oh da kann ich nicht hin kommen ne lass das bringt nichts das bringt nichts hä wo sind die ja das ist jetzt nicht ganz genau ob das Ding dann irgendwann los geht in der Panzer oh da oben ist jeder ja ok das ist der Panzer war ja cool ähm Missionen werfen mach ich mit der Granate überhaupt Schaden an dem Panzer? doch glaube ich schon also ich weiß nicht vielleicht war doch nur Zufall aber ne man macht schon aber nicht viel glaube ich auch ich weiß nicht ok vielleicht hat er voll neu weil keine Ahnung ok jeden aus dem Panzer habe ich über den Wagen boah der hat sich im Container versteckt warum kommt denn hier ok nachher mit einer Panzerfaust? warum hatten wir keine Panzerfaust? ja wow 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 oh ich lauf hier wieder hin in den ist mir nicht gegen den Panzer da oh raun ja die zwei haben wir ja eigentlich macht es wenig Sinn ok 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 also jetzt haben wir jetzt die ganze Zeit hier die zwei Punkte verteidigt ich denke wir haben unser soll erfüllt aber wir verlieren gerade nochmal den mein hund kommt könnte ich ja eigentlich noch mal ich habe nur eine hilfe gekriegt du hast ihn getötet ich habe auch keine schossen irgendwann habe ich schaden gemacht ja oh heli von hinten schade oben auf der kiste trocken naja nicht ganz nur mit dem rucksack vielleicht kannst du auch nicht ja da brauche ich glaube ich nicht halten mit dem panzer ist mal schwierig ja lass mal explodieren lieber bei dir also ich muss gleich mal gucken wie es aussieht mit die musik kommt eh schon die runde ist eh gleich vorbei lieber hier noch mal die zu holen hinter dir schießt sie dann kann das sein ja da oben irgendwo oder nicht gehen hinten an der baum in den bäumen hier hier er ist tot ok dann wurde er irgendwo anders verschossen der panzer ist da hinten noch aber wir haben recht verloren schade wirklich auf die karte ich behaupte jetzt mal an uns lag das nicht ne wir haben die position gehalten wir sind zwar nicht rumgeflogen auf andere position aber ich denke das war schon ganz gut schade bin down oh mein gott an dem busch kann ich die granate absprallen hilfe vorsicht panzer gleich da muss ich merke es gehört ok oh gott der panzer hey na ja man macht schaden man macht schaden aber er hat nicht mehr viel ich hab schon so viel dran ich denke das ist der bug eh ach schade schade 34 kills und assist 35 ja bestimmt hast du 2 assist mehr genau genau so oh level macht noch ein level sehr geil man nimmt den fortschritt denn aber nicht mit das ist dann schon drin ok wer auch hier meine jetzt hat mich nochmal liegen sehen so jetzt machen wir hier mal ja freunde also ich muss sagen hat richtig spaß gemacht sehr sehr geil als nächstes probiert mal die panzerfaust aus ja wir werden jetzt die tage noch ein paar mehr gameplays hochladen das lade ich jetzt hier komplett hoch ohne zu schneiden was ihr jetzt am schluss seht wahrscheinlich schon dass ich das ohne zu schneiden hochgeladen habe aber macht wenig Sinn jetzt zu sagen egal wirklich geilt game macht richtig fun und ja dann würde ich sagen danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal danke freunde tschau